kassi gataaaan mein schnuggiputz hat deine belohnung dafür ich finde die flaggen der ahlen und bringen sie zu magitan ich hab 5 von 5 aber irgendwie wird mir das noch nicht als fertig angezeigt aber gut die werden schon wissen dass es richtig ist da ist die wo soll ich in die kacke jetzt hinbringen ja das weiß ich noch nicht er hat mir das hier angezeigt ist das behindertes spiel als ob ich das weiß ist och ne ich wo meeeenn wachposten ob die so krass viel ein aushalten grüßt euch mensch grüßt euch obwohl ich bin eigentlich relativ schnell ich hab kriegsohrringe bekommen oh die sind sogar besser als die die kriegsohrringe der deva kriegsohrringe der deva so ähm sprech mit dem spion devy Ja komm doch du Keine Sorge halt, ich würde genau das gleiche wie du Bloß nicht genau sein von dir Ihr habt ein unnötiges Ziel ausgewählt So da, warte mal, das bist ja du, hä? Wo ist denn der scheiß Spion? Da ist die Hauptquest Durchgangs nach... leck mich an Ganz ehrlich, ich könnte manchmal schreien wegen dem Spiel Ihr werdet blau angezeigt und die Nebenquests werden auch alle blau angezeigt Ja gut, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg dahin Da muss ich ja zu Fuß laufen Die ganze Mietze-Katze Oh, Obsidian-Mietze, die will ich umhauen Die gibt bestimmt guten Loot Ne, ich glaub nicht Was für eine Katze, Alter Das Das Vieh ist ja ein Witz Gibt mir erstmal Gornich Und dann ist es übelstens ein low level Vieh Und hier rennen auch mehr davon rum Da hätt ich mir den Kampf auch sparen können Ich brauch Heilung Hast du keine Heiltränke unten in deiner Leiste? Doch Naja, dann aktivier die doch regelmäßig Nein Warum? Keine Burg Ah, die Faulheit kommt vor Das ist das falsche Ziel Das Vieh hat mir auch nicht gegeben Jetzt aber mal so eine ganz andere Frage Ja Wo ist Harald? Im Harald-Versteck Weil, ich meine Es kann doch nicht sein Dass in diesem einzigen Spiel Nicht ein einziger Harald ist Anscheinend Ich meine Es gibt Siegfried Es gibt Es gibt Es gibt Gandalf Es gibt Siegfried Es gibt Olaf Gandalf Aber weißt du, was ich merkwürdig finde? Was denn? Ich hab noch keine einzigen Kessler gesehen Ein Swerg? So ein Swerg aus dem Osten So ein Wikinger Oh Gott Wenn die die Folge sieht, die wird uns danach lynchen Und umbringen Und umbringen Ja, das ist doch nicht schlimm Das kannst du ruhig machen Das ist doch nicht schlimm Das kannst du ruhig machen Ich finde das schon ein bisschen schlimm Das ist das falsche Ziel Wobei Wobei Wenn ich mir so die Petra-Suche ansehe Sehen eigentlich auch schon so ne Kräste Ich schaff das Ganz ehrlich Kann ich hier irgendwie Screenshots machen? Nein Sicher? Ja Ja doch Natürlich kannst du irgendwie Screenshots machen Muss ja irgendwie Screenshots ansehen Aber wie nehm ich einen auf? Nice Nice Option Willst du mich? Willst du mich? Ach komm Nee Nee Sprech mit Magitan Sprech mit Spion Devi Kenn ich So Magitan Wo ist denn das Kack? Magitan du bist denn Ähm Magel Magel Was ist der? Ernsthaft? Man kann Screenshots einsehen Aber irgendwie Gibt's keine verdammte Ich finde keine Tastüberlegung für Screenshots Ach der ist ja Äh Boah Äh Fenster öffnen Ich mag Marmelade Ja Wirklich Du kannst Screenshots ansehen Aber irgendwie Gibt's keine verdammt beschissene Taste dafür Ja Oh ich kann sogar den Hut äh nach oben leisten äh machen Dings Ja Wie sieht das aus wenn das oben ist Unten Oh Leute Jetzt hab ich die Karte Die Minimap oben Und die Lebensanzeige oben Ne unten gefällt es mir besser Wenn ich das auf 80% mache Wenn ich das auf 80% mache Sieht das beschissen aus Ne wenn man sich das auf 100% Ähm Ähm Ja 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 Ganz ehrlich das fuckt mich gerade ab Ich finde keine beschissene Tastenbelegung für Screenshots Nur für die scheiß Aufnahme Ok F12 ist es nicht da verschwindet alles Ähm Ähm Alp Rette mich Guck dir mal die Petrusuche an Die seh noch aus wie Cassidy oder? Wo? Na hinter dir Ich hab jetzt mal die Hut alles ausgeblendet Ich tu das jetzt mit Alt und Druck äh Screenshotten Also Ich seh halt echt keinen Unterschied Haha Das Vieh sollte sich mal umdrehen Weiß nicht warum reißt du mich an? Ey ernsthaft ich will ein Screenshot machen das Äh Jetzt muss ich das Vieh erste mal umhauen Das ist das falsche Ziel Oh Ey ey kannst du bitte mehr töten? Warum? Ich bekomme die Monster auch ne? Ich weiß Was? Alles gut so Oh ey die Viecher sollen sich einfach mal zu mir drehen Was ist denn daran so schwer? Vieles Wir werden so schwer Was ist denn das? Was? Was? Der ist so schwer Ich hab's gescreenshotet mit Alt und Druck Perfekt Perfekt Guck mal Kesschen mit dir auszuziehen KESSICHEL Mein liebes Krieg Kesschen Ach so Falls du das hier siehst oder was sag ich mal Hi Ach wenn Kesschen das sieht die wird sich totlachen Das war die mit so einem Gnom vergleichen Ach die lacht bestimmt darüber Klar Ja Oh Level 35 Wie kommt denn das Ganz einfach Roter Wind Ich hab nur noch 2 Hauptquests Ähm 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 Ja Ich hab da wieder was gekriegt Kein Bock Moin Kriegs Ähm Kriegs Kriegs Ähm Boring Boring Ja Erstmal die alten Dinger verkaufen Läuft Schlagge der Arn Wo ist es? Äh nicht hier Dann musst du wieder zurück Jo ich freu mich Ich freu mich Ich freu mir Passiert halt Magiton Hi Ich muss dann zum Velosan Observatorium Ich hab 77k Gold Wie geht denn das? Ich hab 77k Gold Wie geht denn das? Hilfe 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 Mach ich so Egal Was gibt's? Lalo Ich ist Pass doch auf euch auf Was gibt's? Ähm Ne? Ah hier sind die Leu was war das denn für ne Melodie Die Ey weißt du Ich will einmal in Ruhe luden Was macht der? Der kommt an und wird frech Dann hau ihn um Dann hau ihn um Dann hau ihn um Schieb ihm sein Schwert sonst wo hin Ja Easy oder Leider um 200 Staden Penetrier ihn bis zum Getlo Willkommen Willkommen Weißt du Da ist jetzt wieder so ein Es gibt Teiljahrig zu viele Gegner in diesem Spiel Ja Die sind einfach Wart weiß ich Wart weiß ich